Hallo Leute, schön, dass ihr uns mal wieder begleiten wollt. Tack Street 2, Tack Street Holding Point 07. 8 Minuten hab ich verstanden. Taking off runway 07 in 1 minute. Abenteuer zum Hinternflug. Jetzt sehe ich ihn. Heldet ihr denn keinen Anflug? Kannst du mir das mal sagen? Keine Ahnung. War ja auch nicht so gut im Englischen anscheinend. Er hat ja die Hälfte in Dänisch gesagt und die Hälfte in Englisch. Rät wohl jetzt auch rum, ne? Ich würde jetzt aufräumen hin, sonst kommt er hier nicht vorbei. Ah ja, genau. Zulu lining up 07 and wait. Michael, Tango Zulu also lining up 07. Zulu lining up 07. Auf jeden Fall artig bedankt auf der Ende. 07 and wait. 1. 1. 1. 1. Aufenthalt in Randers sehr. Wohl auch deshalb dauert es anderthalb Stunden, bis wir wieder im Flugzeug sitzen und das nächste Leck angehen. Zehn Minuten nach dem Start sind wir bereits am Meer und folgen nun der jüdländischen Küste nach Norden. Etwa nach der Hälfte des Weges kommen wir in einiger Entfernung an Arlborg vorbei, jenem internationalen Airport, den wir 2021 auf dem Weg nach Norwegen besucht hatten. Siehe Link hier oben und in der Videobeschreibung. Und dann geht alles ganz schnell. Der Sprung übers Meer, die Blindmeldungen im Funk, der sehr lange Endanflug auf die Piste 06 und eine leichte Landung auf der 928 Meter langen Asphaltpiste dieses einsamen kleinen Flugplatzes. Leser-Mecho Mark Zulu, leaving your area and leaving frequency. Bye-bye. Irgendwie scheint hier niemand mit Transponder rumzufliegen, ne? Wir haben kaum Verkehr, ne? Doch da haben wir einen. Das wird nichts. Achso, das war ein Airliner wahrscheinlich. Ne, das ist ein Airliner, aber der nicht. Okay. Das ist Eu-Bravo-Kilo-Golf. Okay. Gleiche Höhe, aber andere Richtung. Ja, weil der eine Kontrolle uns ja extra gefragt hat, ob wir Transponder an Bord haben. Also es scheint hier nicht so selbstverständlich zu sein. Ja, der hat uns nicht gesehen. Wir waren zu tief mit 1.400 Fuß. Ja, ja. Und vielleicht die zwei Hügel. Später hat er dann ja gesehen. Ah ja. Identified. Kannst du dich erinnern, ne? Wie kommt es denn eigentlich ausgerechnet auf 1.400 Fuß? Ja, weil 1.500 der Deckel ist da. Achso. Hier auch jetzt? Vorhin auch. Und da auch. Siehst du ja. Achso. Okay. Ich kann das nicht so richtig sehen von hier aus. Ja. Ich möchte an dieser Stelle nochmal kurz auf die Situation beim Start zurückkommen. Die Funksprüche des anfliegenden Flugzeugs waren wirklich schlecht. Okay. Er wollte uns entgegenkommen und ebenfalls Englisch sprechen, was ja auch sehr freundlich ist. Aber seine Minutenangaben waren komplett falsch und einen Quer- oder mindestens den Endanflug hat er auch nicht gemeldet. So kam es zu dem Missverständnis, welche Position das anfliegende Flugzeug zu welchem Zeitpunkt eigentlich genau hat. Es war dann plötzlich einfach da. Und zu allem Überfluss kann ich in meinem Hochdecker auch den Endanflug nicht so gut einsehen wie im Tiefdecker. Den Flieger querstellen, um den Anflugsektor zu sehen, geht auch nicht so gut, denn dann sehe ich nicht, ob die Piste frei ist. Immerhin hatte Mike das landende Flugzeug schon gesehen und das dann auch sofort gemeldet. Alles in allem ein schönes Beispiel dafür, wie wichtig widerspruchsfreie Funksprüche sind, vor allem in der Platzrunde. Ich hatte nach seiner ersten Aussage, 8 Minuten, gedacht, da haben wir ja jede Menge Zeit. Bis dahin sind wir längst weg. Aber nun waren es statt der 8 höchstens 2 bis 3 Minuten. Und meine Regel ist, wenn ein gegnerisches Flugzeug noch im Queranflug ist, dann starte ich. Im Endanflug wird gewartet. Und im Zweifel sollte man das Flugzeug landen lassen. In keinem Fall kommt es beim Start auf 3 oder 5 Minuten an, wenn man dadurch eine Situation entspannen kann. Unter dem Strich ist es dann aber genau richtig gelaufen. Wir haben gewartet, der Vogel ist gelandet, wir rollen auf, der andere rollt ab, wir starten. So soll es sein. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Delta Mike Echo Mike Zulu Delta Mike Echo Mike Zulu, go. Ich dachte, es war Sie, mich vorhin zu telefonen, aber Sie sind hier? Delta Mike Echo Mike Zulu, Formation, negativ, wir haben Sie nicht telefonen, wir haben nur VFR in 1400 zu den Leser, Eko Kilo, Lima Sierra. Delta Mike Echo Mike Zulu, danke Ihnen sehr, Sie sind hier, Sie sind hier, Sie sind hier, bis zum nächsten Mal. Ich habe Sie hier, bis zum nächsten Mal. 1, 2, 3, 1, 7, 5. Ich wechsle schon mal auf die 1, 2, 3, 1, 7, 5. Willkommen mit. Was habt ihr geschätzt? Welche Bahn ist in Betrieb? Die 06. Da fliegen wir quasi direkt rein. Nein, dann ruf ich mal rein. Was haben wir denn? Lesö. Lesö Airport, good day. Delta Mike, Echo Mike, Zulu. Delta Mike, Echo Mike, Zulu. Type of aircraft CT to people. VFA from Randa. Current position 8 miles west of your airfield for landing runway 06. Delta Mike, Echo Mike, Zulu established on long final 06. Delta Mike, Zulu on short final 06. Das ist so eine tolle Bahn hier in die Wildnis, wa? Ja, genau. Geht das mal an. Der Sack steht auch richtig da. Guck mal. Ja. Leicht von vorne. Sehr schön. Ja. No. NOT UN EX Oh problem. Still da. Geht das mal. Es gibt auch die Kopfhäte, die Hand von F 친구�ern herauszeni Rule nach. Und dann geht das mal los. Das ist effortlich. somt geht um zu triffeln. Da wir werden neu zu planen. Dann sch了 Gene. vertreむ heute fallen, dass wir jetzt lynchen. Wir werden ohne Ver 번 run ran. Wir werden immer sind. Ich habe eher lange angegeben. Michael, Tengu Zulu, Short Final 06. Motor war? Ja. Während unserer üppigen Pause hier auf Lesö telefonieren wir erst einmal mit Göteborg-Säwe, um sicherzustellen, dass wir dort überhaupt landen können. Eine freundliche Stimme erklärt uns, dass wir willkommen seien, aber ein PPR-Formular auszufüllen hätten, das sich auf der Airport-Homepage befinde. Nun, das ist schnell getan, der entsprechende Flugplan ist kurz und wird auch gleich gefeilt und eine Stunde später sitzen wir wieder im Flugzeug. Um sicherzugehen, dass wir auch sofort nach dem Take-Off mit geöffnetem Flugplan unterwegs sind, rufe ich unmittelbar vor dem Motorstart das dänische AIS an, erkläre kurz unsere Intention und bitte um Öffnung des Plans. Und nun bin ich sehr gespannt auf meine erste fliegerische Begegnung mit Schweden. Deltamarkt-Eckomarkt-Sulu, Taking-Off 2-4. Hier ist das dazugehörige Routing. Ein langgestreckter U-Turn führt uns direkt nach Osten auf die schwedische Küste zu. Als wir die Scheren erreichen, drehen wir nach Norden und nehmen direkt Kurs auf den Airport-Säwe. Ein ganz besonderes Highlight ist dabei der Vorbeiflug an der nach Stockholm, zweitgrößten Stadt Schwedens. Wir wissen es zu diesem Zeitpunkt noch nicht, aber genau hier sollten wir zwei Stunden später sitzen und unser Abendessen genießen. Der Anflug ist leicht, es ist kein weiterer Verkehr unterwegs und so können wir ganz locker Anflug und Landung genießen. Nach dem Tanken parken wir unsere Flieger auf den vom Tower zugewiesenen Parkplätzen und fahren anschließend mit dem Taxi in die Stadt. Ich schalte jetzt um auf 124-205. Ja, oder eigentlich wahrscheinlicher war die andere, dachte ich, die 124-680. Die brauchen wir ja nicht mehr, der Flugplan ist ja offen. Wir haben noch gesagt, wir gehen, bevor wir die Grenze überfliegen, direkt auf Göteborg-Fraut. Wir steigen auf 3000 Fuß und nach weniger als 10 Minuten sind wir bereits in Schweden. Der Kontakt mit Göteborg Approach klappt auf Anhieb und nun sehen wir in der Ferne auch schon die schwedische Küste, die schnell näher kommt. Das ist schon Schweden dein. Ja, Katzensprung, oder? Ja, das ist ein Katzensprung. Göteborg Approach, good day, Delta Mike Echo Mike Zulu. Delta Mike Echo Mike Zulu, Jöteborg, good day, call you back shortly. Delta Mike Echo Mike Zulu, Jöteborg Control. Ja, danke, Sir, Delta Mike Echo Mike Zulu, Formation, with Delta Mike Golf Tango Zulu, close behind me. BFR with two separate flightplans from Echo Kilo Lima Sierra, departed 10 minutes ago to Echo Sierra Golf Papa. DFR position inbound Lobby, reporting point in 2400, for flight information. Delta Mike Echo Mike Zulu, Formation, roger, continue in uncontrolled airspace, no reported traffic, QNH is 1029. Delta Mike Echo Mike Zulu, formation, QNH is 1029, no traffic at the area, and we'll continue our flight plan. Delta Mike Echo Mike Zulu, and set Skok 2176, please, 2176. And the Skok 2176, Delta Mike Echo Mike Zulu, Formation. Skyrim 795, fly direct desen. Direct desen, Skyrim 795, if they're in safe. Fly direct urban tour Beat, shift over to Soternes Control, 1-3-4-5-5-0. 8-5, 1-3-5-5, yeah, thank you sir. Am Reporting Point Gigsun drehen wir von Ost auf Nordkurs und geben uns nun vollständig dem Genuss der in der Nachmittagssonne sich präsentierenden schwedischen Scherenlandschaft hin. Der Anblick erinnert mich sehr an meinen Anflug auf Bergen seiner Zeit. David Tower, guten Tag, D-Mike ECO-MIke Zulu. D-Mike ECO-MIke Zulu, David Tower. D-Mike ECO-MIke Zulu, Formation mit D-Mike Golf Tango Zulu close behind me. D-Mike ECO-MIke Zulu, BF-A mit zwei separate flightplans von ECO-MIke. Current position ist Outbound Reporting Point Gigsun in 1400 ft. 10 minutes south of your airfield for landing, please. Formation D-Mike ECO-MIke Zulu, you can expect runway 01 for approach, wind is 280 degrees, line is up. We can H1030. D-Mike ECO-MIke Zulu, TNH 1030, expect runway 01. Das heißt, fliegen da komplett rein. Wunderbar. Sieht doch gut aus. Kann man als Long-Final reinfliegen wahrscheinlich, ne? Ja, nehme ich an. Ja. Sieht das nicht geil aus? Mega. Wow. Spektakuläre Gegend hier. D-Mike ECO-MIke Zulu, Formation, please confirm, entering control zone beproved. Information D-MIke Zulu, wait from clear approach, runway 01. 01, D-MIke Zulu, Formation. Wunderbar. Nämlich keine Freigabe explizit gehört, er hat ja nur gesagt runway. Ja, das stimmt, da hast du recht. Da hinten ist die Runway, ne? Ja. Das ist eine coole Brücke für dich, guck mal. Ja, schon gesehen. Die uns den Anflug hier fliegen lassen, wundert mich, ne? Wegen Lärmbelästigung und so weiter. Du, die Lärmgebiete sind da und da und da. Da fliegen wir mitten durch. Ah, okay. Ja. D-MIke ECO-MIke Zulu, do you intend to land as one unit or separate? D-MIke Zulu, separate please, separate. D-MIke Zulu, wind 290 dB, 9 knots, runway 01, clear to land. D-MIke Zulu, runway 01, clear to land. Is D-MIke Golf Tango Zulu on the frequency? D-MIke Golf Tango Zulu, go ahead. So, you will be sure the landing clearance when previous has vacated runway. You can take out the distance accordingly. D-MIke Golf Tango Zulu, yes, we'll go. D-MIke Golf Tango Zulu, I double-bedroom. D-MIke Golf Tango Zulu, I double-bedroom. Amen. An dieser Stelle geht, wie immer mal wieder, der Akku in die Knie. Die 25.000 mAh reichen leider nicht den ganzen Tag für Kamera- und ADS-B-Flamenempfänger aus. Da vergesse ich schon mal, den zweiten Akku-Pack anzuschließen. Und so geht mir auch dieses Mal wieder im Endanflug der Strom für die Cam und damit für den Funk aus. Aber das ist nicht so schlimm, denn viel fehlt ja nicht mehr. Meine Landefreigabe habe ich ja schon bekommen. Die Landung ist leicht und wie immer, besonders auf großen Plätzen, bemühe ich mich, möglichst schnell abzurollen und die Runway wieder freizugeben. Die Landung ist leicht und wie immer wieder freizugeben. Die Landung ist leicht und wie immer wieder freizugeben und dieن dass sie irgendwo haben. Hinter dem Rollhalt müssen wir aber einen kleinen Moment auf die Rollfreigabe warten, weil sich ein Coast Guard Helikopter im Start befindet. Ein Riesenteil ist das. Ich bin froh, dass der so weit weg ist, der fegt ein UL schnell vom Tisch. Danach rollen wir als erstes zur Tankstelle. Mit meiner BP-Card ist das Tanken wie immer kein Problem. Im Anschluss verzurren wir die Flieger, verlassen den Flugplatz durch eine kodierte Eisentür und kümmern uns um ein Taxi. Das dauert zwar ein Weilchen bis es da ist, aber eine gute Stunde später sind wir im Hotel. Nach einem Landebier und einem schönen Abendessen lechzend finden wir hier im Schnitzelplatz Lagerhaus einen wunderschönen Tagesausklang.